Der Handball-Coup ist tatsächlich geglückt. Das DHB-Team hat sich in der mit 19.250 Zuschauern ausverkauften Kölner Langsäs Arena mit 22.00 Uhr 21.00 Uhr 11.00 gegen Kroatien durchgesetzt und steht damit bereits vor dem letzten Hauptrundenspieltag als Halbfinalist fest. Die Fans waren komplett aus dem Häuschen. Die Spieler inklusive Bundestrainer Christian Prokop führten einen unglaublichen Freudentanz. Auf Deutschlands Handballer stehen erstmals seit dem Wintermärchen 2007 wieder unter den besten vier Mannschaften einer Weltmeisterschaft. Jetzt wollen wir auch den Pokal hochstemmen, sagte der herausragende Fabian Biede. Während Torhüter Andreas Wolf permanent vier Worte wiederholte, das ist der Wahnsinn, Strobels Horrorverletzung ein Schock. Die erste Hälfte war von einer starken Abwehr auf beiden Seiten, fielen Zeitstrafen für das DHB-Team, fünf im ersten Durchgang und eine Horrorverletzung in der neunten Minute geprägt. Martin Strobel verdrehte sich das linke Knie ohne Fremdeinwirkung, musste vom Platz getragen und ins Krankenhaus gebracht werden. Der DHB teilte noch während der Partie mit, dass die WM für den Spielmacher gelaufen ist. Strobel erlitt einen Inbandriss, zudem besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss, das war ein Schock für uns, meinte Steffen Weinhold, aber wir haben uns danach vorgenommen, dieses Spiel auch für Martin zu gewinnen. Handball-WM-Ranking, DHB-Scorer der Vorrunde Am Samstag um 20.30 Uhr startet das DHB-Team gegen Island in die WM-Hauptrunde. Wer waren in der Vorrunde die besten deutschen Scorer? Spox gibt einen Überblick. Eines vorneweg, der bislang beste Scorer des Turniers ist Mazedonions-Superstar Kirill Lazarov mit 55 Scorer-Punkten, 30 Tore, 25 Assists. Nun aber zu den deutschen, Platz 16 Andreas Wolf mit 0 Scorer-Punkten, 0 Tore, 0 Assists. Gesamt-Ranking, keine Platzierung. Platz 15, Silvio Heinevetter mit 2 Scorer-Punkten, 1 Tor, 1 Assist-Gesamt-Ranking, Platz 311. Platz 14, Franz Semper mit 3 Scorer-Punkten, 3 Tore, 0 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 288. Platz 13, Finn Lemke mit 4 Scorer-Punkten, 1 Tor, 3 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 264. Platz 12, Patrick Wien-Scheck mit 7 Scorer-Punkten, 5 Tore, 2 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 223. Platz 11, Matthias Musche mit 12 Scorer-Punkten, 10 Tore, 2 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 157. Platz 7, Steffen Weinhold mit 14 Scorer-Punkten, 8 Tore, 6 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 140. Platz 7, Martin Strobl mit 14 Scorer-Punkten, 8 Tore, 6 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 140. Platz 7, Patrick Grötzki mit 14 Scorer-Punkten, 8 Tore, 6 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 140. Platz 7, Paul Drucks mit 14 Scorer-Punkten, 10 Tore, 4 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 140. Platz 5, Hendrik Pekeler mit 15 Scorer-Punkten, 12 Tore, 3 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 128. Platz 5, Steffen Veth mit 15 Scorer-Punkten, 12 Tore, 3 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 128. Platz 4, Fabian Böhm mit 16 Scorer-Punkten, 10 Tore, 6 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 115. Platz 3, Janik Kohlbacher mit 19 Scorer-Punkten, 14 Tore, 5 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 90. Platz 2, Fabian Böhm mit 22 Scorer-Punkten, 9 Tore, 13 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 66. Platz 1, Uwe Gensheimer mit 32 Scorer-Punkten, 31 Tore, 1 Assists. Gesamt-Ranking, Platz 22. Eine ausgeglichene erste Hälfte Paul Drucks und Wiede übernahm anschließend den Spielaufbau. Vor allem Wiede glänzte in den ersten 30 Minuten mit vier Treffern. Bei den Kroaten, die verletzungsbedingt auf ihren Spielmacher Lukas Sindric verzichten mussten, hing fast alles von Igor Karacic und Domagot Stufenjak ab. Allerdings machte der Kieler keinen sonderlich fitten Eindruck und schien sich eher durch die Partie zu quälen. Ansonsten verlief das Duell komplett ausgeglichen. Beide Teams führten jeweils zwischendurch mit zwei Toren Vorsprung, mit einem Römi ging es in die Kabinen. Wiede bringt DHB-Team mit drei Toren in Führung, da Kapitän Uwe Gensheimer wie auch Patrick Grützki auf Rechtsaußen nicht gut spielten, begann Bundestrainer Christian Prokop den zweiten Durchgang mit Matthias Musche auf Linksausen. Die extrem aggressive 5-zu-1-Deckung der deutschen Mannschaft mit Hendrik Pekela an der Spitze machte derweil den Kroaten das Leben immer schwerer. Das Team von Coach Linu Zerwar fand kaum Mittel und wurde teilweise regelrecht gezwungen, mit dem siebten Feldspieler zu agieren. Bis zur 46. Minute lag das DHB-Team aber trotzdem immer nur mit einem bis zwei Treffer in Führung. Erst als dann wieder aus dem Rückraum einen grandiosen Wurf in die Maschen knallte, führte Deutschland mit 18.15 Uhr und damit erstmals mit drei Treffern Differenz. Gensheimer sorgt für die Entscheidung nun ließ die deutsche Mannschaft aber beste Chancen aus, zudem parierte Mariensego stark. 11.50 Uhr Minute, nach neun Minuten ohne deutsches Tor, traf Jakov Franković zum 19.18 Uhr für Kroatien. Prokop versuchte es nun mit dem siebten Feldspieler, mit Erfolg. Beim Stande von 20.20 Uhr ging es in die letzten zwei Minuten. Pekela erzielte nach einem Tempo-Gegenstoß das 1.20 Uhr. Der mittlerweile wieder eine wechselte Gensheimer traf 40 Sekunden vor dem Ende zum 22.20 Uhr die Vorentscheidung. Slatko Horvats Anschlusstreffer kam zu spät, es war eine harte Prüfung, sagte Prokop, aber meine Mannschaft hat nicht aufgegeben und diese Herausforderung bestanden. Ich bin unheimlich stolz, wird das DHB-Team sogar Gruppensieger. Im letzten Spiel der Hauptrunde bekommt es die deutsche Auswahl am Mittwoch mit Spanien zu tun, 20.30 Uhr im Live-Dicker. Sollten das DHB-Team und die Franzosen siegen, käme es auf die Tordifferenz an, die aktuell für Prokop's Truppe spricht. In der Runde der letzten vier, die am Freitag in Hamburg stattfindet, trifft die deutsche Mannschaft auf Dänemark, Schweden oder Norwegen. Deutschland vs. Kroatien Die Daten zum Spielanfangs Anfangsformation DHB Wolf Gensheimer Veth Strobel Wiede Grötzke Pekela Torschützen Deutschland Wiede 6 Gensheimer 4-2 von 3 7 Meter Pekela 3 Hefner Veth Böhm Kolbacher Alle 2 Wien Scheck 1 Torschützen Kroatien Karacic 4-1 von einem 7 Meter Streck 4 Sipik 3 Horvath 2-0 von einem 7 Meter Stepan Cic Musa Dufniak Alle 2 Mendig Frankovic Beide 1-2 Minuten Strafen Deutschland 5 Kroatien 4 Der Star des Spiels Fabian Wiede Gegen Island noch schwach Übernahm der Berliner vor allem nach der Verletzung von Strobel immer mehr Verantwortung. Er zielte 6 Tore bei 6 Versuchen und verwandelte damit 100% seiner Würfe. Der Flop des Spiels Lukas Stepan Ziklis Karacic und Dufniak im Angriff häufiger im Stich, weshalb das kroatische Angriffsspiel relativ gut auszurechnen war, kam auf zwei Tore bei 6 Versuchen.